Äh, Musik? Dann halt nochmal. Hä? Jetzt hab ich wieder so ein Affenfreu, oder wie? Toll. Hä? Ah je, das Spiel ist schlimm. So. Welt 2. Ja. So, dann probieren wir uns halt nochmal. Jetzt haben wir wieder ein paar Leben und jetzt rutschen wir mal da runter. Geht doch irgendwie. So, die sind auch wieder mit dabei. Ähm, ich glaube. Bestimmt normales Swin-Level halt. Kennen wir ja schon aus dem Country-Tal. Die Musik, ja, die ist gar nicht schlecht. Ah, verdammt. Woher kommt mir das denn doch bekannt vor? Oh, Ballon. Sehr schön. Überall Krokos, die rumspringen. Wow. Das ist gemein. Und da wären wir schon beim Ende. Aha. Ne, das brauch ich bloß, um da hochzukommen. Ich beunruhige die Tatsache, dass ich noch keinen Bonus-Level hab. Aber, das wäre ja auch nicht das erste Mal. Schlange, Schlange, Schlange. Da war, ja, da war was. Wieso ich da beim ersten Mal so hochgehüpft? Oh, Rambi. Hallo, Rambi. So. Wo sind wir denn hier? Ist das alles Holz? Irgendwie in so einem Holzkonstrukt, irgendwie. Das sieht sehr seltsam aus. Ne, warte, das ist schon wieder in der fabrikmäßigen Umgebung. Das, was wir auch bei dem ersten Schiffslevel hatten. Oh, geh du bloß weg, du Fee. Aha, ich will nur sehen, was wir alles verpasst haben. Äh, wir haben nichts. Hä? Aber wo kam denn die Ratte her? Ah, wir haben scheinbar doch was verpasst, aber... Ups, danke, voll. Dann wird's jetzt wahrscheinlich das Ende sein, oder? Ja. So. Alles? Ja. Ah, und dann geht's mit dem zweiten Level weiter schon wieder. Oh, und sehr, ist das so ein Wasserlevel? Oh, Rundhorshemd. Äh, Fisch. Ich denke nicht, dass der frisch und freundlich gesinnt ist. Wow. Ne Muschel. Oder ähnliches. Könnte auch ne Nuss sein. Weiß man nicht so genau. Kann es sein, dass... Doch, die Fische sind böse. Und da ist schon wieder das... Vieh. Was auch immer es sein soll. Wow. Was doof ist. Hm. Ah, sehr schön. So kann man natürlich auch das K holen. So, jetzt warten wir hier noch kurz und... Und sind durch. Oh. Ich mag solche Gegner nicht. Okay, das ist ein sehr großer Fisch. Aber vor allem Gegner, die aussehen wie der Hintergrund, bis sie dann gefährlich werden. Sowas finde ich schlimm. Ähm. Du tauschst da ziemlich weit runter, aber... ... auch ziemlich weit nach oben. Der Fisch hat mich in die Ecke gedrängt. Oh Gott. Oh, nee. Ja, wir benutzen hier unsere unendlichen Affen. Haben wir jetzt wahrscheinlich wieder einen dazu bekommen. Man weiß es hier ja nicht so genau. Da unten ist bestimmt irgendwas. Sonst würde es nicht so schwer bewacht werden. Oh, das N. Ja. In diesem Spiel mehr wert als in jedem anderen. Okay, come country, teil. Na toll, wegen dem Fass. Obwohl. Wenn man sich die sich hier wirklich ansparen kann, dann sind die Fässer auch gar nicht so schlecht. So, hier wird gar nichts bewacht. Das ist einfach nur schicker an. Komm. Jupp. Ja, aber die Gunter-Wassel-Level gefallen mir dann doch. Ja, gut. Sag ich mal. Obwohl die Gegner, ja, die Gegner sind schlimm. So, drunter durch. Da ist ein Fisch. Ups. Nein. Wann sterbe ich? Wann sterbe ich? Und du bekommst von deinem Leben abgezogen? Und nur wenn man vielleicht irgendwie runterfällt oder so, wird der Zwischenspeicher aktiviert. Aha, das Ende. Aber da geht es noch weiter. Natürlich. Naja, jetzt haben wir die zwei Münzen nicht. Level 2 geschafft. Irgendwie jetzt legen sie aber los. Das ist jetzt aber das Original. Also. Was heißt das Original? Ja, das Original halt in 8-Bit. Auf jeden Fall, ja. Fisch wieder. Geht es hier auch durch Wände? Oh, jetzt schon die Stachelreifen. Obwohl, ich weiß natürlich, wie viele Welten das Ding hat. Ah, da seid ihr wieder. Das kann jetzt zwei Welten haben, kann aber auch 20 Welten haben. Ich glaube, hier geht es weiter. Ich bin mir aber dann doch nicht ganz so sicher. Hier geht es weiter. Ja, ja, ist ja gut. Beruhigt euch. Da. Oh, ich hasse es, wenn es so viele Wege gibt. Ab da ist ein K. Da sind ein paar Reifen. Kein Problem. Äh, Kreis. Ah, Kreis. Ich verstehe. Hätte ich mir eigentlich nicht denken können, aber... Ah, Mann. Da verliert doch keine zwei Affen da. Zwei von 10.000. Fisch. Die Reifen sind ein bisschen langsam, aber... Mir soll es nur recht sein. Aha, aha. Aha, aha. Gut von mir aus. Wow. Da ist eine Münze. Die will ich eigentlich haben. Jetzt, wo ich so ein bisschen raus habe, wofür man die gebrauchen kann. Das ist ja nicht mehr schön. Boah. Kriegt euch bitte mal einen mit den Reifen. Das ist ja nicht mehr schön. Hier scheint nichts zu sein. Hier scheint nichts zu sein. Da oben war doch, glaube ich, was auch. Ja, und so. Ja, und der Fisch. Was zum Teufel... Ich will den Fisch los. Oh, und die ziehen sich immer so ewig, die Unterwasser-Level. Das wäre schon Speicher 2, wenn ich richtig liege. Ich habe bisher noch keinen Daffeln gebraucht. Aha. Nö. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass man unter Wasser irgendwie nicht stirbt. Oder ich habe... Habe ich vielleicht das Spiel... ...geglitscht? Weil ich meine, der Affe kann jetzt vielleicht noch in Ordnung gehen, aber... Ich habe es halt wirklich schon Hardcore-mäßig getestet. Vorhin, zumindest bei dem Schiff. Wo ich ja, glaube ich, gleich dreimal gestorben bin oder so. Ähm, gut, von mir aus. Das ist also bloß... Oh, Fisch. Drei Fische, da müssen wir irgendwie durch. Nein! Da jetzt... Ersatzaffen holen. Oh, 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 oh. Oh, ich hasse das, wenn... ...es plötzlich sowas auftaucht. Riesiger, fetter Fisch. Wenigstens sind die Fische... ...oder was heißt wenigstens? Seltsamerweise, sage ich mal jetzt eher. Sind die Fische, ja. Sind die Fische hier ganz normale Fische? Und nicht so wie im Originalteil, äh... ...so Killerfische. Da waren es ja Haie und... ...Piranhas und... ...alles mögliche. Und hier sind es irgendwie bloß so fette Fische, die rum... ...rumschwimmen. Da geht's doch runter, oder? Oh, das ist eine sehr seltsame Deko. Letzteres. Und hier ist... ...